Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder euer Odin und ich begrüße euch, ich muss euch mal ein bisschen zurück machen, zu einem neuen Video. Und zwar möchte ich euch jetzt mal mein Home Center hier vorstellen, wie ich es jetzt eingestellt habe, weil sich hier einiges geändert hat, dass ihr halt auf dem Laufenden seid. Ich habe immer noch mein Matrix dran. Ihr seht, der ist auch ziemlich vollgepackt. Hier sind, muss ich mal so machen, dass man das besser sieht. So, auf 1 ist die Wii, auf 2 habe ich mein Amazon Fire TV 4K, auf 3 Playstation 3, auf 4 Playstation 4, 5 ist frei momentan. Und auf 6 habe ich ein HDMI Verlängerungskabel, der liegt auch hier immer bereit. Damit kann ich jetzt auch, wenn mal was ist, schnell ein externes HDMI Gerät anschließen, um was aufzunehmen oder sonst was dergleichen. Dann habe ich zwei Ausgänge am 6.2. Davon geht ein Ausgang, geht zu meinem, ach wie heißt da, habe ich euch ein Video schon gemacht, HDMI Splitter 1 zu 2. Und von da aus geht da direkt zum Hauptaug, dass ich halt in 1080p aufnehmen kann. Jetzt habe ich ja einen 4K für ihren Fernseher, möchte ich das Bild natürlich da noch ein bisschen optimieren. Und habe mir jetzt hier auf Ausgang B das so gemacht, dass es gleich weiter geht. Auf Ausgang A möchte ich was anderes haben. Auf Ausgang A, zack, so werde ich jetzt den 30520 HDMI 4K Resolator Converter machen. Damit, den gehen wir ja erstmal auf Output, zack, und auf, ne Quatsch, das ist ja, doch, das ist Output, der Output. Und Input hole ich mir hier mit rüber. Dadurch habe ich jetzt alle Geräte in 4K, wenn ich das möchte, kann man ja daran einstellen, werdet ihr gleich sehen. Ich habe eben schon ein Video dazu gemacht. So, dann muss ich hier erstmal wieder auf Playstation klicken, weil ich habe, mein Matrix habe ich einfach Playstation genannt, weil da meistens die Playstation dran war. Ja, und schon habe ich hier ein 4K fähiges Bild, das werden wir nochmal einstellen. 4K 60 Hertz. So, jetzt habe ich 4K 60 Hertz eingestellt. Und habe jetzt praktisch als Ausgabe, wenn ich drücke, 1160p 60 Hertz. So habe ich das jetzt eingestellt. Da ich natürlich in 4K nicht aufnehmen kann, habe ich praktisch das auf A gemacht, für den Fernseher, und auf B, für das Aufnehmen. Das ist eine komplett andere Schiene, das ist auf B, da ist kein 4K, also ich kann ganz normal in 1080p aufnehmen. Aber der Fernseher ist jetzt in 4K. Im Prinzip ganz simpel, aber ich finde das gut. Und dadurch kann ich jetzt, weil ich mein Fire TV darüber geklemmt habe und so, kann ich jetzt meinen optischen Ton schön auskoppeln, weil der 6 zu 2 Matrix, den ich habe, der kann mir auch den optischen Ton auskoppeln. Und dann kann ich den zu meiner Dolby-Anlage weiterleiten und habe einen schönen Dolby-Sound. So, das soll es jetzt auch so weit gewesen sein. Ist ein bisschen Chaos hier gerade, ich muss das Chaos jetzt erstmal beseitigen. Ich bin noch ein bisschen am testen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Das war jetzt nur so ein kurzes Infovideo, wie jetzt meine Home-Entertainment-Dings hier aufgebaut ist, wie man es auch nennen mag. Also auch die Playstation 3 kann ich jetzt in 4K spielen. Ich werde das jetzt erstmal testen und dann kommt später nochmal ein Fazit-Video. Bis dahin, Ahoi, sagt euer Odin. So, das war jetzt auch noch ein paar Minuten.